ExpressLRS Version 2 ist raus und es gibt ein paar neue Funktionen. Mir gefällt jetzt, dass die dynamische Senderleistung man aktivieren kann und man sieht das verwendete Modul als auch beim gebunden Quad den Empfänger Namen. Hier zeige ich das Update anhand von BetaFPV MicroTX Modul, welches ein OLED Display hinten hat. Links das Namino Flash Modul hat auch ein OLED Display, aber zur Zeit nur als Anzeiger ohne der Joystick Funktion. Vorteil bei Naminon Flash Modul ist, dass höhere Senderleistung von 1000mW möglich ist. Für das Update benötige ich zuerst das ExpressLRS Configurator den man von der Homepage erladen kann. Ich verwende hier die Macbook Version. Nach dem Start sieht man hier die offiziell 2.0 Version die man für BetaFPV MicroTX Modul verwenden könnte, aber ich möchte weiterhin das OLED Display von dem Modul nutzen, also brauche ich eine spezielle Version von BetaFPV, wo man hinten den Joystick nutzen kann. Bei BetaFPV findet man auf der Produktseite einen Link zu den Sourcen von der ExpressLRS Version 2.0, wo das OLED Display und das Fünfwege Joystick funktionieren. Die Sourcen lade ich und entpacke auf meinem Rechner. Bei dem Konfigurator gehe ich auf die Quelle Local und wähle den Ordner aus wo sich die Sourcen befinden. Nun kann ich BetaFPV 2.4GHz auswählen mit dem Gerät BetaFPV 2400TX Micro. Zuerst lade ich mir das neue ExpressLRS LUA Skript auf meine SD Karte auf die Funke. Hier wurde das Skript mit neuen Funktionen erweitert und ist nur mit ExpressLRS 2.0 kompatibel. Das alte ExpressLRS 1.0 Skript kann ich jetzt löschen. NoSync und ARM aktiviere ich, um weniger Daten übertragen zu müssen. Bei LongRange sollte man aber hier die Funktion deaktiviert lassen. Aktiviere jetzt die Binding Frays mit meinem Namen, so ist jeder meiner Quads sofort verbunden ohne dass ich zuerst koppeln muss. Stecke nun den USB Kabel in das BetaFPV Modul und kann nun die Serielle Schnittstelle am Rechner auswählen. Die konfigurierte Firmware wird erstellt und anschließend automatisch auf das Sender Modul übertragen. Das Modul startet neu und ich kann es sofort hinten an dem OLED Display bedienen. Hier kann ich mit dem Firmweger Joystick endlich navigieren von oben nach unten und mit Links und Rechts kann ich die Werte verändern. Die LED Farben können beim ExpressLRS 2.0 nicht mehr geändert werden, da die LED als Status Anzeige verwendet wird. Wie zum Beispiel beim Koppeln blinkt die LED schnell. Drückt man hier auf das Update, dann aktiviert sich WLAN. Ist das Modul aktuell mit dem Quad gebunden, wie man hier die RSSI Balken sieht, bleibt die Verbindung erhalten und unterbricht nicht mehr, wenn ich hinten am OLED Display die Einstellungen verändern möchte. So ist jetzt sichergestellt, dass man kein Failsafe bekommt, wenn man die Joystick drückt während des Fluges. So hat BetaFPV das Failsafe Problem mit dem ExpressLRS 1.1 Version behoben. ExpressLRS 2.0 funktioniert sogar mit dem TBS Agent Lite Script. Hier wurde darauf geachtet, dass man alle Einstellungen von ExpressLRS genauso standardisiert vornehmen kann wie bei TBS Crossfire Geräten. So kann man die Grundeinstellungen bei TBS Agent Lite Script verwenden, um ein ExpressLRS Modul wie hier das BetaFPV TX Micro einzustellen. Aber gehen wir zu dem richtigen ExpressLRS 2.0 Script, der uns alle Funktionen anbietet. Oben links sehe ich das verwendete Modul wie hier von BetaFPV. Neu ist hier die Funktion Switch Mode. Hier kann man zwischen Hybrid und Wide wählen, wobei Hybrid nutzt 3 Wege Schalter an der Funke. Und die Wide Einstellung kann 64 bis 128 Positionen eines Schalters an den Empfänger senden. Somit kann man einen Schalter jetzt für Flugzeuge verwenden, um zum Beispiel eine Kamera mit einem Servo in 128 Positionen bewegen zu können. Model Match ist eine neue Funktion die es erlaubt für verschiedene Quadcopter Flugzeuge verschiedene Einstellungen für ExpressLRS vorzunehmen. So werden die Einstellungen nur einem angelegten Modell auf der Funke zugeordnet, mit der eindeutigen Empfänger ID. Bei der Sende Leistung kann man jetzt die Leistung dynamisch nutzen. So läuft ExpressLRS mit einer niedrigen Sende Leistung und beim schlechten Empfang wird die Sende Leistung automatisch bis zum eingestellten Maximalwert wie hier bei 100mW hoch gedreht. Den Dynamic Power kann man auch über einen Schalter aktivieren oder deaktivieren. Ist ein Lüfter in dem Modul, so kann man hier einstellen ab wieviel Leistung der Lüfter angehen soll. Das ExpressLRS Script kann sogar ein Video Sender steuern, sowohl am Quad als auch einem Empfänger an der Brille. So kann man mit zusätzlichen Hardware an der FPV Brille das Umschalten der Bänder, Kanäle oder der Leistung am Video Sender durchführen. Bei WLAN Punkten kann man das WLAN vom Modul aktivieren für ein Update über das WLAN oder sogar das WLAN von hier gebunden Empfänger aktivieren. Wenn man die Firmware von den Empfängern zum Beispiel aktualisieren möchte. Das geht natürlich mit allen Empfängern wie hier mit einem Happy Model EP2 Empfänger. Die aktuellen ExpressLRS Module haben alle einen Bluetooth Modul eingebaut, so kann man jetzt über das Modul kabellos einen Flugsimulator am Laptop spielen. Das funktioniert auf Anhieb. Die Verzögerung soll nicht schlechter sein als bei Kabel gebundenen Spielen an dem Flugsimulator. Natürlich muss man den ExpressLRS Empfänger auch an dem Quad oder Whoop auf die neue ExpressLRS Version 2.0 aktualisieren. Ist ein externer ExpressLRS Empfänger eingebaut, dann kann man leicht über den ExpressLRS Konfigurator die Version 2.0 aufspielen. Hat man aber einen SPI ExpressLRS auf dem Flugcontroller, also auf dem Board integriert, dann muss man hier eine aktuelle Betaflight Firmware vom Hersteller verwenden, um ExpressLRS 2.0 nutzen zu können. Inzwischen bietet BetaFPV und Happy Model bereits zum Download so eine aktuelle Betaflight Firmware mit ExpressLRS 2.0 an. Wie man hier sieht kann man mit der neuen Betaflight Firmware hier meinen Meteoro 85 und dem Meteoro 75 mit einem Modul der ExpressLRS 2.0 hart fliegen. Genauso klappt das mit dem Happy Model Mobula 6 ExpressLRS. Also die ExpressLRS Version 2.0 funktioniert nun auf allen mir bekannten Modulen und Empfängen. Viel Spass beim Fliegen. Beratet Vielen Dank.